Genau, gell? Obwohl er nichts macht, aber... Ach komm, der Schäferhund denn in dem Fall nicht so stark durch? Gar nicht. Nur der Husky, gell? Ich bin auch nicht. Ganz ruhig, ja. Und wie steht's mit dem Geheul? Heult er? Gar nicht. Den hört man gar nicht. So, die stehen. Machst wieder alles fertig. Halt! Ja, da. Riek. Riek. Du, das war jetzt Tuna. Okay. Okay, dann geht's weiter. Okay. Okay.